Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Christian, ja, ziemlich erfolgreiches Spiel. Erster Auswärtssieg diese Saison. Ja, was sagst du dazu? Ja, war kein einfaches Spiel. Wir sind relativ früh in Führung gegangen. Ich glaube, nach fünf Minuten schon ist ein guter Ball von Kinen. Mein Mitspieler war auf mich auf den Langen Pfosten gekommen, konnte ich es 1-0 machen. Dann haben wir noch einen Elfmeter bekommen, sind dann 2-0 in Führung gegangen nach einer Viertelstunde. Und dann haben wir irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Dann bis zur Halbzeit war es dann ganz schön eng. Unser Torwart hat noch einen Elfmeter gehalten, gebührten Dank. Heute Morgen erst erfahren, dass es überhaupt drinsteht. Dritter Torwart eigentlich. Von daher, auch von Gruß an Andi, hat er gut gemacht heute. Und dann nach der Halbzeit sind wir wieder gut rausgekommen. Relativ schnell dann das Dritte und Vierte gemacht. Dann in Überzahl gewesen nach einer gelb-roten Karte. Und dann kurz vor Schluss, ja, erst noch das 1-4 gekriegt nach einem unglücklichen Eigentor. Und dann nochmal das 5-1 gemacht, kurz vor Schluss und den Deckel drauf gemacht. Könntest du deine Tore beschreiben und vielleicht das schönste Tor auch insgesamt? Ja, das schönste Tor war meiner Meinung nach das 5-1, kurz vor Schluss. Schöne Kombination über die linke Seite. Janni Konrad hat zwei Mann außen ausgespielt. In die Mitte gelegt zum Michael Gegus. Der hat sich gedreht, auf den Daniel Zeller gespielt, durch die Beine durchgelassen. Und dann aus zwölf Metern habe ich dann nur noch gerade jetzt kurz Eck reinschieben müssen. War ein schönes Tor, schöne Kombination. Und ja, das 1-0 nach fünf Minuten. Kienen kriegt den Ball, dreht sich um den Gegner und spielt den Ball zwischen den Torwart und die Viererkette. Wie ich dann dazwischen gekommen habe, im Kopf das Ding zum 1-2 einsetzen kann. Es war etwas Hitzigkeit in dem Spiel drin, was ich so nicht ganz verstanden habe. Wie siehst du es? Ja, es ist natürlich immer, wenn man halt, ja ich verstehe auch den Gegner irgendwo, wenn man 4-0 zurücklegt. Dann auch auf den Kurzstraßen, bei Regen ist es immer ein bisschen rutschig. Dann kommt man eher mal in so einen Zweikampf rein. Da kann ich schon nachvollziehen, dass es da ein bisschen hitziger wird. Meiner Meinung nach muss es dann beim Statt von 4-0 auch nicht mehr sein, dass man dann so noch den Schlappen drüber hält. Aber ja gut, mit der gelb-rohen Karne war da glaube ich ganz gut bedient. Ja, ihr seid ja letzte Saison leider abgestiegen. Habt ihr jetzt schon wieder, was habt ihr jetzt angepeilt, sagen wir es mal so? Ja, also wir haben ja nicht so viele Neuzugänge gehabt. Da kam eigentlich nur der Michael Gegus im Sturm vorne dazu. Ja, das ist eigentlich alles bei Kreuz, weil Jungs, die so zusammengeblieben sind, sind eine geile Truppe. Und ja, der Plan ist halt, oben mitzuspielen auf jeden Fall und dann halt gucken, was geht. Wenn wir alle zusammenbleiben, wenn nicht so viele ausfallen, nicht so viele im Urlaub sind, kann das schon funktionieren. Wir haben jetzt leider keine zweite Mannschaft mehr, deswegen ist es schwierig, irgendwelche Ausfälle aufzufangen dann. Und ja, das Ziel ist auf jeden Fall, unter die ersten sieben zu kommen und zu gucken, wie hoch es geht. Für euch geht es weiter, auswärts gegen Neuburg-Weier. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Das könnte auch ein hitziges Spiel werden. Also ich glaube, das Spiel ist vorverlegt auf Samstag, weil die Oktoberfest haben wir auch noch bei ihnen. Also da wird es schon richtig zur Sache gehen. Da ist danach dann große Party, da werden viele Leute da sein. In Neuburg-Weier ist, glaube ich, immer eklig zu spielen. Tiefer Platz, direkt am Rhein. Jetzt im Herbst, ja, ich glaube, es wird schon eine richtige Schlabschlacht und ein richtiger Kampf. Und da müssen wir uns schon einstellen, dass wir da von der ersten bis zur letzten Minute richtig alles geben müssen, dass wir da eine Chance haben, auch Punkte zu holen und eigentlich auch dreifach zu punkten dann dort. Christian, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Vielen Dank.